Hey Leute, willkommen bei Wissenswert. Ja ja, die Paul-Brüder mischen zur Zeit ganz YouTube auf. Und vor allem bei Logan Paul, dem älteren und somit ja eigentlich dem reiferen Bruder, reiht sich gerade Skandal nach Skandal. Wir haben heute für euch die 5 größten Logan Paul Skandale. Und wir legen direkt los mit einem Moment, der YouTube sogar dazu veranlasste, Logan den Geldhahn zuzudrehen und sämtliche Werbeanzeigen auf seinem Kanal zu entfernen. In einem seiner neuesten Videos will Logan mit zwei seiner Mitbewohnern zwei tote Ratten von seinem Grundstück entfernen. Doch statt die Kamera dafür auszustellen und sie einfach zu entsorgen, hält Logan voll drauf und macht sich einen Spaß aus der Aktion. Ihm reichen zwei tote Ratten auf der Veranda noch nicht und so holt er zusätzlich noch eine Taser-Gun raus. Damit beschießt er die bereits toten Ratten einfach. Nachdem diese dann endlich in der Mülltonne sind, beschießt sie Logan nochmal mit dem Taser. Das hatte YouTube endgültig als Geschmacksgrenzenüberschreitung gesehen und somit wurden sämtliche Werbeclips auf seinem Kanal entfernt. Doch das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um Logan Paul Skandale geht. Bereits vor einiger Zeit hatte Logan mit einer Art Schockprank seine häufig noch minderjährige Fanbase in Aufruhr gebracht. In dem Video namens Faking My Own Death ruft Logan seine Fans dazu auf, sich vor seiner Penthouse-Wohnung zu einem Meet & Greet zu versammeln. Doch statt eine Rede zu halten oder einfach nur mit seinen Fans zu interagieren, macht Logan einen wohl extrem geschmacklosen Prank. Er stellt sich vor das Fenster, wo ihn alle seine noch sehr jungen Fans sehen können und lässt sich dann von einem Kumpel, der hinter ihm steht, mit einer Fake-Shotgun erschießen. Das Kunstblut spritzt nur so ans Fenster und auch wenn das alles nur Fake war, für die Kinder sahen diese Sachen alle wohl ziemlich real aus und waren somit alles andere als witzig. Eine Aktion, die Logan Paul fast in jedem Video bringt, ist wohl das Werben für seinen eigenen Merch. So bringt der ganze Lieder raus, in denen es quasi nur um seinen Online-Klamotten-Shop geht. Doch einmal treibt Logan es ein bisschen zu weit mit seinem Product-Placement. Als sein Kumpel und Vlog-Partner Evan davon erzählt, wie sein Hund kürzlich starb, bekundet Logan sein Mitleid, wartet kurz ab und stellt dann wieder seine neue Merch-Kollektion vor. Kommen wir nach Japan und ja, ihr wisst wahrscheinlich, was jetzt kommen wird, aber nein, wir reden noch nicht über den Selbstmord-Wald. Bevor Logan nämlich das kontroverse Video brachte, hatte er zuerst einmal eine Reihe anderer Videos veröffentlicht, in denen er sich ziemlich daneben benimmt. Zuerst redet er nämlich von der japanischen Kultur und wie respektvoll die Menschen doch miteinander umgehen. Doch direkt danach beginnt schon fast eine Compilation mit Respektlosigkeiten, die es in sich haben. Er kauft sich so einen teuren Gameboy in einem Laden, nur um diesen dann anschließend im selben Geschäft wieder zu zerschmettern. Er bewirft ein fahrendes Auto mit einem Pokéball und hält anderen Leuten einfach rohen Fisch ins Gesicht. Doch der absolute Gipfel ist das Skandal-Tape, das ihr eh schon alle kennt, das Video im japanischen Selbstmord-Wald. Die Footage ist auf YouTube inzwischen komplett gebannt, deswegen können wir euch nicht mal Ausschnitte zeigen. Doch nur um wiederzugeben, was passierte, kann man wohl sagen, dass Logan mit ein paar Freunden durch den Selbstmord-Wald ging und eine Leiche an einem Baum hängen sah, diese dann filmte und sogar noch kicherte. Das Video ist echt sehr bizarr und an Respektlosigkeit nicht mehr zu toppen. Das war's mit unserer Liste. Fallen euch noch mehr komische Aktionen ein, die Logan Paul so gebracht hat? Schreibt sie uns mal in die Comments, wir sind auf jeden Fall gespannt und sehen uns das nächste Mal hier auf Wissenswert. Macht's gut! Macht's gut!